PONS Wörterbuch für die Schule Wörter schnell und einfach nachschlagen mit dem Wörterbuch mit der App. Alles drin! Das Wörterbuch enthält mit 36.000 Stichwörtern und Wendungen den Wortschatz aller aktuellen Schulbücher für alle Hauptschulen, Werk-Realschulen, integrierten Gesamtschulen, neuen Mittelschulen und alle weiteren differenzierenden Schulformen. Der Wortschatz ist aktuell und perfekt abgestimmt auf die Lehrpläne und Themen im Unterricht. Schnell! Mit diesem Wörterbuch findest du Einträge und Übersetzungen in Rekordzeit. Die Stichwörter in orangener Schrift und die alphabetische Suchleiste am Seitenrand helfen dir, das gesuchte Wort schnell zu finden. Erkenne besonders wichtige Wörter schneller durch den orange hinterlegten Grundwortschatz. Einfach! Die richtige Übersetzung zu finden, ist gar nicht so einfach, vor allem wenn ein Wort mehrere Bedeutungen hat. Dieses Wörterbuch macht es dir besonders leicht. Jede Bedeutung steht nummeriert auf einer neuen Zeile. Viele Beispielsätze zeigen die typische Verwendung der Wörter. So findest du auch im Prüfungsstress schnell die gesuchte Übersetzung. Mehr Wissen. Dieses Wörterbuch weiß mehr. Zahlreiche Infoboxen zu Grammatik, Landeskunde und falschen Freunden sparen dir wertvolle Zeit und geben Tipps, typische Fehler zu vermeiden. Mit dem Vokabeltrainer ganz einfach noch mehr Wörter kennen. Mehr als nur ein Buch. Mit der Gratis-App kannst du deinen Wortschatz jederzeit und überall ganz einfach weiter trainieren. Lade dir die PONS Vokabeltrainer-App auf dein Smartphone, iOS oder Android und übe, wann und wo du willst, den Wortschatz für den nächsten Vokabeltest. So macht Englisch lernen Spaß. PONS Wörterbuch für die Schule. Das Wörterbuch mit App.